Hi, heute wieder ein neues Auto und wieder ein Nissan. Ganz genau. Ja, machen wir ein Speed Snap. Nissan Skyline GT-RVs Back. Und ein Speed Snap. Ist zwar ein Händen, aber ja. Ja. Da, da, da wieder. Diese Dinger, die hinterläuftet. Nein, ich brauche es nicht nach. Da, das ist ein Rundslenker. Der Rundslenker. Der Rundslenker. Der Rundslenker. Der Rundslenker. Tachon. Gut abgelesbar. Dann kommt das Cream. So, das sieht gut aus. Fährt ganz schön. Aber ist egal. Ich werde ihn noch abgeben. Ja. Danke fürs Schauen. Tschüss.